In diesem Dorf haben Bär und Mensch richtig Beef. Immer wieder verirren sich nämlich die Tiere in die Bergdörfer. Für viele Bewohner ein echter Schock. Zum Glück gibt es aber die Bärenpatrouille. Sie beobachtet die Tiere ganz genau. Und so können sie Einwohner und ihre Ernten im Notfall schützen. Das Wissen über die Bären hilft auch, um die Tiere selbst gesund und fit zu halten. Voraussetzung für ein besseres Zusammenleben zwischen Bär und Mensch. Damit es nicht heißt...